Hallo liebe Eltern, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie man sich bei Schulmanager online anmeldet. Wir haben dieses Informationssystem an unserer Schule eingeführt, damit der Informationsfluss zwischen Eltern und Schule weiter verbessert und optimiert werden kann. Wenn Sie da angemeldet sind, können Sie beispielsweise den Vertretungsplan einsehen, Sie können den Kalender einsehen, Sie können Ihre Kinder krank melden, Sie können Termine buchen für den Elternsprechtag und so weiter und vieles mehr. Als erstes müssen Sie dafür auf www.schulmanager-online.de gehen. Dann sieht das Ganze wie folgt aus, wie Sie es hier sehen. Wenn Sie auf dem Smartphone diese Seite aufgerufen haben, dann schaut es so aus. Und was Sie dann tun müssen, das werde ich Ihnen jetzt zeigen. Von Ihren Kindern haben Sie einen Elternbrief erhalten. Dort steht der Zugangscode, mit dem Sie sich jetzt einmalig an diesem System anmelden können. Online am PC funktioniert das an dieser Stelle. Sollten Sie sich mit dem Smartphone angemeldet haben oder mit dem Smartphone auf schulmanager-online.de gegangen sein, dann müssen Sie erst noch an dieser Stelle auf Login und dann können Sie auch an dieser Stelle den Zugangscode eingeben. Sollten Sie ein weiteres Kind haben, können Sie hier einen weiteren Code angeben. Dann brauchen Sie nur einen Account und können hier mehrere Kinder bzw. mehrere Vertretungspläne usw. von Kindern verwalten. Wenn Sie nur ein Kind haben, können Sie hier auf Weiter klicken. Anschließend sollten Sie an dieser Stelle Ihre gültige E-Mail-Adresse angeben. Das hat dann viele Vorteile für Sie. Erstens ist das dann auch Ihr Anmeldename, den Sie sich bestimmt leichter merken können als der zufällige Anmeldename, der dann generiert wird. Zweitens können Sie durch eine E-Mail-Adresse dann auch Elternbriefe empfangen und diese lesen bzw. als gelesen markieren. Und drittens besteht die Möglichkeit, dass Sie dadurch Ihr Passwort ändern können und nicht extra deswegen, wenn Sie es mal vergessen haben, in die Schule springen müssen, um ein Neues anzufordern. Und uns ermöglicht es Ihnen theoretisch auch eine E-Mail zu schreiben, wenn etwas unkompliziert an Sie gereicht werden soll. Anschließend werden Sie dazu aufgefordert, ein Passwort zu vergeben. Ein Passwort für Ihren Account. Der Benutzername ist immer Ihre E-Mail-Adresse. Wenn Sie keine E-Mail-Adresse angegeben haben, dann wird automatisch ein Benutzername für Sie kreiert. Das Passwort geben Sie an dieser Stelle ein. Das war's. Hier finden Sie jetzt alle Informationen, die wir Ihnen über das Schulportal Schulmanager Online zur Verfügung stellen. Weiter oben finden Sie noch den Button Module. Da können Sie dann noch mehr Material zugreifen. Wenn Sie mehr über den Schulmanager Online erfahren wollen und was man sonst noch alles machen kann, schauen Sie auf unsere Homepage. Dort finden Sie noch weitere Anleitungsvideos. Tschüss! herumwindet anxiety,